hallo herzlich willkommen auf dem kanal für uns ein challenge projekt mit mir mit christian gaming moin so wie es haben wir noch immer peter feldarbeit und jo was machen sie herr kollege du bist gar nichts kaufen gar nichts gibt es schön für sie gar nichts schön für sie ist die festplatten stecken geblieben oder ich glaube ich jetzt kaufen wir nicht ihr mocht doch wer ist heute muss ich fragen ich habe es gekauft Du hast ja nicht gekauft. Hä? Hast du Alzheimer oder so? Hä? Hä? Das fragst du mich damit nicht, wie ich gekauft habe? Ist mir doch egal, ob du, wo sie wollen, Herr Kollege. Was da mache ich doch? Das ist ein anderer. Das kann ich mal nicht, was ich mache. Jo, der Kollege hat eine Story vielleicht. Was ist die Story? Hau mal raus. Du? Hast du keine Story? Nein. Na, dann habe ich auch keine, weil mir ist nichts eingefallen. Ich habe wirklich keine. Hä? Was ist das? Nein, ich habe wirklich keine Story. Nein, ich kann nicht mehr. So, dann. was haben sie sonst noch so vor in real life jetzt an demnächst naja das wird aktuell ein großes projekt aber ich finde ja noch ich werde es noch machen oh mal gucken wie es rückt ja oder was war das was bist du da na Ich bin gerade beim Fahren und auf einmal war ein Standpool. Vielleicht hat der automatisch gespeichert oder so. Ich bin gerade kurz in meinem Luft. Jo. Jo Leidlern. Ich weiß nicht, dass es gut zu spawnen. L.U.A. Ich glaube, das wird rein. Juhu, dann schauen wir mal rein. Juhu, dann schauen wir mal rein. Juhu, dann schauen wir mal rein. Innen-Ansicht zu fahren. Und ja. Fahren wir mal wieder innen-Ansicht. Man sieht gar nichts. Eng raus ist das. Und ich schaue es mit dem anderen Feld aus. Hoppala, da war ja was. Das ist abgehalten, also wieder ansehen. Juhu, so geht eben das Ganze wieder von vorne los. Und wie der Herr Kollege vorher schon gesagt hat, ist das die vorletzte Aufnahme. Und in der letzten Aufnahme ist dann das Finale. Und Juhu. Da freue ich mich schon. Und Juhu, dann schauen wir auch weiter. Jetzt warte ich mal, bis der Kollege wieder kommt. Voraus, bis der wieder vorhat. Gut, damit ich da gewartet habe, Ich weiß, sonst hätte er mich hinter geschoben. Und schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr gespioniert habt, ob der Herr Kollege was im Schilde führt. Oder nicht? Und ja. Ja, was denn? Hä? Ich verstehe nichts, du bist so leise. Hätte ich gemacht. Aha. Wir müssen ja jetzt gleich so aggressiv werden, wenn ich sage, es ist ja nicht etwas leise. Ja. Hm. Rieselt unten wieder der Sonntaus oder was? Wolltest du nicht so aggressiv sein? Ja, die rieseln jetzt ganz woanders, oder? Jetzt will er den Ballen, aber komm, Alter. Ich habe jetzt... Ich habe jetzt Ballen-Kaffe hier. Letzte Wiesel, der macht jetzt 15. Aha. Armeer. 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 So ein Theater, der Herr Kollege. Wickel du doch. Nein. Deswegen wollte ich mal wirklich kommen, wie ich habe. Ja, ich gehe weiter mit der Wickelkombi. Wir haben normalerweise mit dem Kwaner-Wickelkombi. Wer möchte einen Kwaner-Bollen, hat sich geschlachtet. Ja, mit dem Kwaner-Wickelkombi. Was lässt du denn? Boah, der Kollege regt mich schon wieder auf. Ich muss mich auch. Reden sollt was. Ich werde gleich einen Prämus bei mir stehen. Was? Ich werde gleich einen Prämus bei mir stehen. hast du eine ballengabel? na ja das ist doch steif aber ich mache alle ballen am hoffen ballengabel ich habe ein auto auto low to pfosten ja ja dann machen wir mit dem mach ich ja auch für was brauchst du dann an deiner ballengabel was willst du einen schicht mit deinem schreis wund? oh wir sind jetzt gespannt da muss ich ja noch zwitteln Nee! was ist was machst du überhaupt wenn du mir jetzt nur Klappspaten nennst ich hab genug Arbeit wenn du mich auch schon nicht Klappspaten dann nennst du mich auch nicht Klappspaten was machst du Fölkarbeiten immer was machst du auf dem Fölk angesehen wenn wir dir das viel Zeug und wir sind nicht unterwegs Warte, was war das Fellnick. So meine lieben Freunde, da bin ich eben noch am Ansehen und dann schauen wir dann in der nächsten Folge weiter, was wir noch so zu machen haben. Und der Herr Kollege, was machen Sie gerade? Ich kann mir jetzt meine Ballen sagen. So meine lieben Freunde, ich hoffe, es wird euch die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst es gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut es gerne beim Herrn Kollegen vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Ciao.